Hallo, ich bin Matthias. Wir befinden uns hier im John Deere-Werk in Mannheim, unserem größten Traktorenwerk in Europa. Wir bauen hier die Serien 6M und 6R von 90 bis 250 PS. Heute möchten wir Ihnen den ExpertCheck vorstellen. Der ExpertCheck ist ein umfassendes Inspektionsprogramm zur präventiven Wartung Ihrer John Deere-Maschine. Mit dem ExpertCheck helfen wir sicherzustellen, dass die Maschine dann einsatzbereit ist, wenn Sie sie benötigen und dann auch die entsprechende Leistung abgibt, die Sie erwarten dürfen. Unter dem Strich halten wir so die Betriebskosten für Ihr Unternehmen so gering wie möglich. Der ExpertCheck basiert auf über 37 unterschiedlichen Prüflisten. Entwickelt werden diese Listen von unseren Ingenieuren, zum Beispiel hier im Werk in Mannheim. Sie greifen dabei auf über 260.000 vernetzte Maschinen auf der ganzen Welt zurück. Und nicht zuletzt sind es unsere Servicetechnikerinnen und Techniker bei den John Deere-Vertriebspartnern, die uns regelmäßig Rückmeldungen über ihre John Deere-Maschinen liefern. Und wie das genau aussieht, das erklären uns jetzt die Experten. Hallo, ich bin Stefan und dieser Traktor hat über 5.000 Betriebsstunden hinter sich. Schauen wir uns mal an, wie sich die Komponenten im Laufe der Jahre im Einsatz unter verschiedensten Bedingungen verändert haben. Werfen wir einen Blick auf den Motor. Wir prüfen sorgfältig die Flüssigkeitsstände, mögliche Lecks und unerwarteten Verschleiß, um die Lebensdauer der Maschine bei maximaler Leistung zu gewährleisten. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen uns, unsere Prüflisten weiter zu optimieren und Prioritäten für zukünftige Entwicklungsprozesse zu setzen. Bei der Produktion der Maschine ist die Qualität aller verbaute Teile von größter Bedeutung. Wenn man den Expert-Check regelmäßig durchführt, kann man dieses Niveau der Teile- und Komponentenqualität dauerhaft halten. Um bei jeder Geschwindigkeit und bei allen Anwendungen eine optimale Dämpfung zu erreichen, achten wir darauf, dass der Pannhardstab das richtige Spiel hat und dass der Akkumulator ausreichend gefüllt ist. Und das alles machen wir, damit Ihre Maschine einsatzbereit ist, wenn Sie sie brauchen.